Ja, hallo YouTube. Heute mal so ein Unboxing der etwas anderen Art. Vor einigen Tagen hatte der Dennis vom Kanal Fuwa Forest Films HD so ein Video hochgeladen und da ging es eben um Vorsorge für irgendwelche Katastrophen-Fälle, die eintreten könnten. Und in der Videobeschreibung bei seinem Video war auch hier die Adresse, ein Link zu dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Und da habe ich jetzt auch mal hingeschrieben und habe mir dann gleich mehrere Exemplare von verschiedenen Sachen hier kennenlassen. Gleich jeweils drei Exemplare. Das Päckchen war ja schon auf, ein Exemplar liegt hier schon im Pausenraum bei der Arbeit. Und ja, ich habe jetzt die einzelnen Broschüren hier noch gar nicht durchgelesen, aber ich glaube bis fünf Exemplare kann man frei bestellen. Ich werde die dann hier in meinem verwandten Kreis noch weiter reichen. Das ist eine richtig dicke Schwarte. Und hier noch kann ich mal kurz in die Kamera halten. Ja, das wollte ich euch einfach mal kurz zeigen. Dennis, nochmal danke für deinen Tipp. Und ja, Freunde, schreibt doch da einfach mal hin oder schickt mir eine E-Mail. Es kann sicherlich nicht schaden, sich so ein bisschen über diese Situationen, die eintreten könnten, auch mal ein bisschen schlau zu machen. So, ja, das war's schon. Moin!